hallo heute willkommen bei bk investiert heute mal das erste video in 2018 und zwar geht es um home blocken es hat sich einiges getan ich wollte mich auch wieder zu wort melden ich habe jetzt länger kein video mehr über blog gemacht weil es einfach ja nicht viel neues gab ich meine viele sachen hat man wahrscheinlich mitbekommen aber ich wollte euch hier auf jeden fall man auf dem laufenden halten und euch mal auch mal einige sachen zeigen weil doch einige fragen aufgekommen sind und die wollte ich hier mal so grob erläutern und mal ein überblick beschaffen was denn hier überhaupt aktuell los ist wir schauen jetzt mal hier direkt also ich bis jetzt schon ich bin hier im dashboard drin ich habe letztendlich jetzt folgendes gemacht ich bin mit meinen blog coins noch mal ins landing gegangen weil der preis angestiegen ist also wir stehen jetzt aktuell bei 9 dollar und 50 um also extrem krass also fast er war auch schon bei 11 dollar zwischendurch jetzt also immer überlegt als ihr preis lag bei einem dollar hatte sie schon verzehnfacht das schon massiv deswegen bin ich hier auch noch mal in mein aktives investment und habe noch mal einiges reingehauen da jetzt eben der wert gestiegen ist und bin jetzt hier noch mal insgesamt also bin selber erstaunt über die zahl 46.000 dollar im landing ja hat sich wie gesagt extrem vervielfacht der homologen jetzt in der zeit und das habe ich natürlich ausgenutzt um ins landing zu gehen klar genau jetzt schon einmal es hat sich einiges getan wie gesagt das ding ist schon an einigen börsen gelistet hat auch schon eine interne börse die schauen wir uns später noch mal an aber erst mal zeige ich euch hier einen kleinen überblick was jetzt aktuell schon passiert ist okay also hier sind wir jetzt auf kein market cap das kennt ja glaube ich hier sind eigentlich alle ich sage jetzt mal richtigen kryptowährungen drin die auch eine wirkliche kryptowährung sind also kein market cap nimmt nicht alle auf hbc ist jetzt hier seit paar tagen drin dann machen wir uns den einfach mal auf hbc schauen wir uns den mal an steht aktuell bei 9 dollar und wir haben hier ein trading volumen sonst muss man sich wirklich mal überlegen wie krass eigentlich ein trading volumen in den letzten 24 stunden über 1,8 millionen us-dollar 1,8 millionen us-dollar wurde hier schon getradet nur in den letzten 24 stunden also die börsen sind ja schon länger offen mir wird wurde bestimmt schon ich schätze mal an die 10 millionen wurden hier bestimmt schon hin und her geschoben also richtig krass ja absolut total übel wenn ich überlege okay was ist aktuell auf dem markt also was ist draußen hier haben wir momentan fünf millionen und 935.000 laut kein market cap und wir haben ja noch 28 millionen offen also es noch eine ganze menge luft also da brauchen wir uns erstmal keine sorgen machen hier ist noch sehr sehr große spanne zumindestens ja doch genau das passt so wir haben jetzt mal den verlauf wie gesagt wir waren hier im peak sogar bei mal 13 dollar 22 also richtig krass ich glaube da bin ich sogar ins landing gegangen noch mal ich bin auch gestern silvester noch mal ins landing gegangen um 10 uhr ja und aktuell verläuft er sich gerade ein bisschen nach unten jetzt müssen wir mal schauen wie sich das die nächsten wochen und monate entwickelt da ich das risiko des kreuen preises hier einfach nicht richtig einschätzen kann weil das wirklich schwierig ist gerade bei so einem kreuen der ganz frisch auf dem markt ist ja meistens macht ihr im peak nach oben dann geht er wieder ein bisschen runter festigt sich irgendwo eine gewisse weise und dann geht er langsam hoch deswegen ich bin jetzt einfach noch mal ins landing gegangen und zwar komplett mit allen ich habe quasi nur noch von block coins die die ich jetzt eben nach kauft das sind nicht mehr also aktuell nicht viele ich komme natürlich jetzt jeden tag einmal am tag schaue ich abends ein und schaue über transfer das zeige euch nach auch noch mal wo das geht und kauft da einfach jeden tag mal ein bisschen nach gut also hier kein market cap ist schon drin ist online preisentwicklung kann man hier ein bisschen verfolgen das auch sehr schön und jetzt schauen wir uns einfach mal ist denn aktuell an drei externen bürsen gelistet die schauen wir uns jetzt mal nicht auch gleich die größte bürse mit dann weil das einfach ja die ist wo am meisten volumen stattfindet heißt nicht dass es die beste ist aber es einfach da wo am meisten umsatz ist aber ich zeige ich erst mal die erste das ist hier quasi kein haus die exchange und hier haben wir quasi ja wenn man jetzt hier oben eben auf dieses ich zeige euch das noch mal wo ich drauf geklickt habe wenn man hier auf diese exchange geht man muss sich natürlich hier auch wieder ganz normal registrieren einloggen wie üblich halt ist hat eine ganz normale exchange wenn wir dann hier drin sind in der exchange selber haben wir hier rechts alle coins da ist sogar der homeblock coin der meistgetradeste auf platz 2 wie gesagt das ist eine kleine bürse selber habe ich getestet hat auch alles funktioniert habe aber meine coins selber hier auch wieder abgezogen weil ich einfach woanders trainen möchte da wo einfach mehr volumen ist ist glaube ich klar ich meine wer macht das nicht aber hier sehen wir selber hier sind auch einige einträge drin im oder buch hier unten sieht man ja angebot nachfrage und da treffen sie sich aktuell zwischen 0 zwischen 66 und 73 ja das ist so aktuelle kursverlauf wir schauen uns doch mal eine andere börse an das ist crypto peer oder habe ich jetzt ne crypto peer wahrscheinlich heißt das crypto genau das ist auch eine kleinere börse schauen wir uns ja auch mal an exchange und hier oben in die suche geben wir einfach hbc ein und dann kommen wir hier auf den aktuellen verlauf hier ist der preis ein bisschen anders hier ist zwischen 7 und 71 also jetzt schon ein bisschen länger gestrickt auf den verläufe und preise sind überall ähnlich das wird sich jetzt an die nächsten wochen und monate einpegeln denke ich und jetzt schauen wir uns mal gleich die größte börse an oder meister umsatz passiert und zwar ist das die coin exchange punkt eu die könnte mal besuchen die ist wirklich gut ich habe mich ja auch schon registriert bin jetzt aktuell nicht eingeloggt aber ist auch nicht so schlimm hier oben gehen wir einfach auch in die suche hbc ein und die haben hier aktuell wechseln möglichkeiten zwischen blog und bitcoins und blog und ethereum ist auch sehr interessant wir wenden uns aber mal hier zum btc hin hier ist auch der preis aktuell bei 66 können wir uns ebenfalls hier mal anschauen in der exchange genau wissen auch die uhr der bücher zwischen 65 und 64 aktuell ist er quasi noch ein bisschen runter gegangen man sieht hier im chart ist auch wieder ein bisschen hoch also das schwankt schon recht stark weil es ist ja ganz klar hier ist noch nicht viel geld drin hier ist noch nicht viel umsatz drin das ist natürlich einfach eine sache ja die sich erst jetzt über die nächsten wochen und monate entwickeln wird wie so eine exchange hier funktioniert mit den oder büchern verlinke ich euch mal oben könnt ihr euch mal anschauen habe ich ein video schon dazu gemacht dass auch jedem klar ist was man hier eigentlich tut also was ist eine exchange wie funktioniert eine exchange das ist ja für viele nicht klar das einfach mal das video anschauen was ich gerade verlinkt habe dort habe ich das noch mal ganz genau erklärt ich erkläre es aber noch mal ganz kurz jetzt auf der home blog seite denn hier ist es folgendermaßen generell wenn ihr home blog kreis habt ihr verkaufen wollt ist es so ihr müsst die home blog kreis versenden das ist ganz wichtig also ihr müsst quasi in eure eigene home blog kreis wallet gehen das ist hier links und müsst ihr auf wiff dran gehen so und dort müsst ihr die quasi an eine börse schicken ihr könnt ihr aber auch hier intern machen erkläre ich euch dann gleich ihr müsstet ihr eigentlich jetzt nach extern schicken und an eine börse senden einfach um sie dort eintauschen zu können ist auch klar ihr müsst ihr natürlich dort haben um sie dort auch eintauschen zu können das macht es ja keinen sinn ihr könnt ihr aber auch hier intern tauschen weil die haben jetzt seit gestern seit silvester oder seit heute morgen seit neujahr ich weiß gar nicht wann die genau online gegangen ist aber jetzt ist sie quasi online sie arbeiten noch dran es ist noch nicht offiziell gelauncht sage ich mal so hier sind auch noch ein paar sperren drin die haben auch das glaube ich die trades von silvester also vom 31 haben sie wieder komplett zurückgesetzt weil es da wo einen fehler gab hier oben haben sie auch reingeschrieben dass er anscheinend ein paar fehler gefunden haben und deswegen alle trades und orders wieder zurückgeholt haben das sollte man beachten aktuell wird hier aus dieser exchange die ist zwar intern wird aber behandelt wie eine externe also man muss um überhaupt hier was traden zu können ist natürlich auch jetzt die möglichkeit wenn man noch bitcoins hat hier in der wallet kann man jetzt hier über die exchange auch bitcoins mit könnte sagen schon mit ja eigentlich schon mit bitcoins home block eins kaufen und zwar ist folgendermaßen ihr geht hier auf unter exchange auf deposit und hier unter dem punkt könnt ihr entweder deposit home block coins also wenn ihr jetzt home block eins verkaufen möchtet geht ihr hier rein und wenn ihr deposit bitcoins macht könnt ihr eure aktuellen bitcoins die ihr noch habt in eurer wallet haben wahrscheinlich einige weil viele haben einfach beim eis hier nichts kaufen können hier könnt ihr jetzt quasi die bitcoins in diese exchange reinschieben das macht man einfach hier ihr könnt ihr einfach drücken depo seit all und dann haut ihr euch einfach alles rüber die zahl muss natürlich immer wieder wie es schon öfter so war durch zehn teil war sein also einfach immer in zehner schritten das ganze machen und dann klappt es auch und dann könnt ihr hier einfach das ganze transferieren das dauert ein paar sekunden oder minuten und dann findet ihr das hier und da ebenfalls exchange aber richtig hier im exchange der exchange selber seht ihr hier quasi eure aktuelles portfolio was ihr an blog coins habt und was ihr an bitcoins habt so und jetzt ist eigentlich hier die offizielle maske wie man es eigentlich kennt wie eine normale exchange wie gesagt schaut das video an was ich vorhin verlinkt habe da ist alles drin hier unten sind auch wieder die uhr der bücher die einträge und hier unten ist quasi sind die letzten trades drin letzten trades hier wurden einige home block coins fair und gekauft zu dem preis insgesamt der da hinten steht das ist halt einfach ganz normal wie eine normale exchange aufgebaut ich hoffe dass es jetzt dahin kriegen alles was aktuell noch ist wie gesagt es ist nicht offiziell gelauncht wir haben hier noch bis zum dritten ersten ein auszahlungs stopp weil hier aus der exchange man aktuell ihr seht hier unten links nichts rauskriegt also rift war funktioniert aktuell noch nicht kommt aber noch weil ich denke dass sie erstmal hier die exchange intern fehlerfrei haben wollen und wenn die dann mal fehlerfrei ist dann kann man mit sicherheit auch hier wieder das ganze auszahlen ok so weit so gut das heißt ab jetzt könnte man eigentlich mit externem geld und mit internem geld was man schon hier drin hatte mit dem man quasi beim eisio keine coins erwischt hat könnte man jetzt hier blog coins nachkaufen und ins landing gehen bzw nachkaufen und erst mal warten weil dritter erste ist ja noch nicht das hat sich auch gestern verschoben gestern war es der zweite erste jetzt haben sie einen fehler gefunden ich denke mal wie gesagt die werden das so weit nach vorne schieben bis die exchange 100 prozent sauber läuft und wenn das der fall ist dann werden sie auch dann denke ich mal hier die auszahlung freigeben ist nachvollziehbar weil es soll schon funktionieren es soll ja keine fehler auftauchen wir wollen ja alle kein geld verlieren das ist schon sage ich mal sehr riskant das ganze geschäft beziehungsweise hier auch so eine crypto währung die relativ ja ich sage jetzt mal nicht unbekannt aber es ist ja kein bitcoin oder kein leitkorn oder kein ethereum es ist halt schon eine unbekannte crypto währung die neu ist und hier sollte dann schon auch das interne alles funktionieren deswegen für mich ist das in ordnung dass hier aktuell noch das ganze deaktiviert ist genau und viel viel mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen weil viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen die exchange ist den externen drei stück online eine große ist am start und die interne exchange ist gerade am machen wir sehen hier schon die ersten ergebnisse und das ist jetzt aktueller stand homologen wie gesagt ich bin einfach noch mal komplett ins landing gegangen ich habe noch mal alles reingeknallt was ich hatte weil ich einfach man muss es ja so sehen wenn ich jetzt im kreuen drin bleibt im blog können ist das risiko dass er jetzt zum beispiel von 9 dollar wieder runter geht auf 3 dollar die möglichkeit besteht so und dieses risiko dem will ich einfach aus dem weg gehen und somit bin ich noch mal eine nummer sicher weil ich hier wenn ich ins landing gehe habe ich meine festen dollar und da bekomme ich zwar auch unterschiedliche renditen aber die fallen meistens zwischen ein und zwei prozent am tag aus also man sieht ja hier oben die letzten renditen aktuell wirklich abartig also wirklich sehr sehr gut was da alles reinkommt was jeder dann macht aber ins landing geht aber in homologen es einfach hält oder aber seine homologen verkauft muss jeder selber wissen man muss aber auch ganz klar sagen dieses system lebt natürlich vom landing also das muss natürlich auch jedem klar sein aber im prinzip ja muss jeder selber wissen was er macht ich für mich für meinen teil bin einfach mal auf nummer sicher gegangen und bin noch mal ins landing gegangen gut das war es eigentlich zu home lokal ist großes update wirklich viel passiert letzter zeit wenn ihr fragen habt hauzeiten in die kommentare rein ich kann die euch gerne beantworten ich denke viele sachen erledigen sich auch indem man einfach mal das ganze richtig anschaut und liest ist auch oft der fall dass viele leute einfach nicht lesen und zum beispiel wenn ich jetzt hier meine homologen oder sowas rausschicken will oder reinschicken will die homologen wallet ist hier und wenn jetzt zum beispiel hier eben bei der auszahlung eine feste adresse drin steht dann muss ich die halt hier über mein profil wieder umstellen die adresse wenn ich woanders hin möchte wenn ich zum beispiel jetzt an der externe exchange was hinschicken möchte dann muss ich eben meine adresse ändern im profil das sind so sachen so kleinigkeiten die muss man einfach beachten habe ich gehe davon aus dass das jeder dann auch irgendwo checkt weil wenn ich homologen auszahlen will und er zeigt man nur eine einzige adresse an und ich sage mir so hey ich brauche aber eine andere adresse dann muss es bei mir eigentlich klingen und sagen ach die habe ich ja in den einstellungen hinterlegt und dann muss ich sie halt auch da dementsprechend einfach wieder ändern ist ein bisschen umständlich gelöst aber aktuell können wir es nicht ändern vielleicht wird es ja mal noch besser ok das eigentlich zu hau blocken jetzt ist gut und die nächsten tage fange ich an mit den grundkursen bitcoin technik und so weiter das wird alles kommen die nächsten wochen ich freue mich schon drauf und dieses video hier zählt ebenfalls zu dem bitcoin souvenir gewinnspiel also denkt dran haut die kommentare voll ihr könnt euch das letzte video anschauen was ich gemacht habe zum verlosung 2018 dort steht nochmal alles genau beschrieben was die verlosung angeht was ich verlose und was man machen muss dafür und dann geht auch schon der erste souvenir bitcoin diese woche raus ok das war's ich wünsche euch was leute bis zum nächstes mal ciao